So. Seure Klavenus. Ich hab kein Bock. Genauso muss man eine Jagd anfangen. Ach nee, ist wieder alles abge... Ich geh mit Wasser rein. Kann nur schief gehen. Ich hab schon wieder was vergessen. Juhu. War schön. Ich hab extra... Ich hab nochmal Dämonenmittel und so hergestellt. Und hab vergessen, uns jetzt aufzufüllen. Naja, mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Ich bin's für die erste Runde ja krass. So, der Rest stimmt wie immer noch. Komischerweise ändert's immer nur die linke Seite. So, dann können wir uns das mal durchbauen. Ich nehm wieder einen Sprintsaft, glaub ich. Klavenus war zwar nicht schnell. Ich weiß nicht, wie der hier ist. Ich mach's erst, wenn ich da bin. Erstmal finden. Vermute, dass er unten ist. Also, wenn Chigrix hier ist, ist er unten. Und eigentlich vermute ich ihn da, wo Walha sackelt. Oh, die kleinen Fußspuren, dafür, dass er so groß ist. Chigrix, bro. Geht mir nur auf den Keks. Ach, Gajana. Nein, nicht vorbei. Eine Untersuchung für Fragezeichen. Voll schlecht. Ich hasse Miasma. Keine Miasma-Resistenz und nichts mitgenommen. Kommt schon Käfer. Kommt ein Käfer. was in euch steckt. Gyros? Brauche ich doch gar nicht. Hm. Ja. Ich glaube, wir sind richtig. Das ist halt das Dämliche. Du kriegst halt Damage von dem Vieh selbst. Und dann noch den Miasma Schaden. Oh nein, mitten im Miasma Film. Stimmt, Schleuderfackeln gab es ja auch noch. Oh nein. Mein Mann. Okay. Ich glaube, wäre das FSK 18, wäre der jetzt durch gewesen. Gegen das soll ich kämpfen? Siehst aus wie eine Schildkröte. Hast du nicht andere Probleme? Nein. Ah, ich hasse die Hitbox. Ach, ich hab meine Schildkröte. Boah, voll drin gestanden, ey. Fischkapseln. Nichts sinnvolles. Fischkapseln. Fischkapseln. Oh, danke, Goros. Fischkapseln. 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 Ich bin gerade so konzentriert, das tut mir so lang. Also wenn die Gyros so uns helfen, ist okay, aber seine Hitbox ist halt, also seine aktive Hitbox, mit dem einmal Turum, er ist halt nicht wie der andere, der so zweimal mit seinem Five stecken bleibt, er ist mehr der, der stecken bleibt, vielleicht nochmal stecken bleibt und dann am liebsten ein 360 Grad Ding macht, weil er ein Arschgeier ist. Ach man, ja geh mal bitte weiter. Das ist meine Defense, ne mein Defense ist ab. Ich bin gerade schon perplex. Ich habe halt gerade nichts mehr. Hä? Hä? Wieso sind denn die hier? Wieso sind das nur noch zwei? Jetzt habe ich Angst. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz kurz hoch in das Lager, einfach weil es das gerade anbietet, weil hier irgendwie Zeug fehlt. So viel Zeit muss sein. Ich habe schon was gebrochen, das ist schon was wert. Aber es reicht noch lange nicht. Die wird sie bis wir aushalten. Die letzte Klavien, das hat einfach alles geteckt. Alles. Er war einfach... Ähm... Bomben können wir eigentlich immer mitnehmen. Und... Und hier oder? Ja. Defense ist so down. Kratsch. Hat doch Defense down. Ja, schon wieder im Eimer der Welt. Hauptsache, da chillt da unten erstmal und frisst sie voll, weil ich ja zu langsam bin. Hast du da? Da wieder Sprint, Selbsthilfefarm gehen, obwohl hier ein Ausdauerinsekt ist. Zumindest haben wir hier keinen krassen Miasma-Scheiß. Zähne ich eigentlich auch mal Pelsen? Oh, nee. Können wir nicht hier unten bleiben? Bitte. 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 Bitte, bitte, bitte. Hast du dich? So lange bist du Katze. Geh halt wieder bis ins Nirvana. Oh! 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 Geh raus! Hilf! Jetzt! Oh, ein Gift. Aber es ist ein Säurevieh. Naja, man kann... Ich hab leider mein Palikon mit vergiftet. Ja, ich darf es da runterfallen. Es sah irgendwie so verlockend aus. Ah, ja! Oh. Hallo? Hackt's? Einmal schon. Ich halte mich mit Kulwe. Ich muss ja aufpassen, dass es nicht auszusehen... ...wenn die Hitbox kommen, auch wenn ich oben stehe. Ich halt keins der Monster gemounted kriege. Oh, das war close. Oh, ich dachte ich krieg's genug gedeutscht. Nein! 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 Nein, 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 nein! Das kannst du sowas von vergessen! Trotz muss ich mir erstmal raus, ey. Ich hätte grad super gerne so ein Odogaron oder so, der ihm hilft. Aber ich kann mich nicht immer auf Hilfe verlassen. Habe ich Flashes mit? Ja. oder? Schoß. Er ist Exhaust. Mal wieder. Kann es nicht einfach sterben oder so Exhaust sein, dass ich es fangen kann? Volle Granate geflassen. Das war mein Lebensrettermantel. Achja, mein Sprintpuster läuft nicht mehr. Jetzt habe ich ein Problem. Können dir. Du mich auch. Hä? Da. Yo! Durch die Wand durch. Geh, geh. Warte, ich bin Klaus. Lass mich mal kurz. Du bist kacke. Richtig kacke. Und das wissen wir alle. Wie ich das prediktet habe. Wie ich das prediktet habe. Du guckst du nur. Du guckst nur. Nee! Oh, Wand. Oh, Wand. Oh, Wand. Komm, einen noch. Trink noch einen. Los! Oh. Und günstiger Zeitpunkt. Oh ja, Gyros. Go! Gyros. Joros? Nein. Er starrt nur ab, Karum. Nein! Ich habe gedodged. Und zwar in die richtige Richtung. Unfair. Bring nicht. Nee. Ja. Nein. Oh nein. Oh ja. Nein! Oh. Okay. Komm, werd müde. Nein. Oh ja. Spaßbremse. Ey. Geht doch. Wenn wir einmal in unserem fucking Leben bitte aus dem Drecksmeers machen. Ah! Ich will nicht mehr. Das ist aber auch wieder so einer, der lässt wieder alle zehn Sekunden eine Spur los. Also zum Temperate-Farm wären die geil. So gehärtet. Wenn die alle zwei Sekunden was fallen lassen. Wie so ein Diablos. Wenn die ja. Ja, Gyros, du bist mein Held. Super. Und lauf. Oh mein Gott, lauf. Oh, gebrochen. Ich brech dir dein alles. Dein Stolz. Dein Rückgrat. Deine Nase. Alles. Wenn's sein muss. Obwohl ich ihn einfach nur fangen will. Nein. 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 Mein Sprinnsaft ist abgelaufen. Ich brauch drei Hände. Drei Hände. Drei Hände werden euch echt geil. Wird das irgendwie komisch aussehen. Dein einen Finger mehr. Das ist ne glute Idee. Nein. Passt nicht. Nein. Immer noch nicht. Hm. Verdammt. Es ist sauer. Ach. Ich würde mir so einen schönen Flachwitz reißen. Ich lass es. Bei Säure und so. Ich möchte mich grad selber in die Ecke ziehen. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Zweifeln rein! Tanja sage ich, das ist doch oτε echt richtig! Naja, da geht ab. Hohoho, was habe ich getan...? Ähm... Ja nee du. Oh ist gar kundone Flasch? Guck mal! Ich steh' trotzdem kacke. Oh, es war close. Das ist ein bisschen der Valkaner-Move, ne? Nur, er hat die viel größere... Oh, mein Gott. Oh, Doppelsprung. Ah, ne, 100 sechst. Ein Free-60! Können wir jetzt endlich mal aufgeben? Hinsen so ein bisschen? Ich kämpfe schon mit allem, was ich hab. Ah, shit. Ey, ich hasse Klavenus so langsam. Ich hasse sie abgrundtief. Das ist das dreckste Vieh, was gibt. Es ist nie tot. Es ist immer nur am... Ich bin Exhaustus und renn weg. Wie? Das ist... Oh. Achso. Das ist nerven. Das ist einfach nur am Kotzen. Ich kotze eklig wegen mir erstmal. Oh mein, Sprint-Excel-Excel ist auch schwer gekackt. Oh mein Gott. Die Smountain-Monster. Mein Ausdauer wird dazu nur nicht Ja sagen. Nein, nicht ins Giftdreck. Ey, mein erstes Eisbohr-Monster, was ich gemounted habe. Yay. Ich kann mich nicht mal drüber freuen. Oh schon. Getroffen? Natürlich nicht. Ey, was? Ich hab nur noch zwei. Ich weiß nicht, ob wie lange der Kampf schon wieder geht. Gut. Schon? Oh ja. Juraus. Nicht im Weg stehen. Als ob. Äh. Äh. Da steht schon wieder ab, warum. Kann ich das nicht mehr machen, wenn ich die kämpfen kann? Naja. Ich glaube, ich hab nicht gerade das gesagt, was ich gedacht habe. ... Stopp, 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 stopp. Nein. Hm. Au. Ich hab mich zu fressen. Nein. Als ob! Ich habe gedodget! Ich habe 22 Frames for free! Genau! Genau die 22 Frames! Von denen rede ich doch! Gott! Kurzverblüfft! Er macht halt mehr Damage an mir, als ich an ihm! Ich weiß ja nicht, ob Wasser das richtige Element ist, aber eigentlich mache ich ganz gut Schaden mit Wasser! Nervt! Ach nöööö! Ich muss jetzt aufweichen! Mach kein Damage mehr! Er ist halt wieder exhausted! Dann hört es aber schon wieder auf! Ja! Ja! Oh mein Gott! Ja! Ja! Komm ran! Komm ran! Komm ran! Komm ran! Ja! First try ohne zu sterben! Säure Glavinus! Ja! Erstaunliche Arbeit! Du Stück! Da hat's schon! Ah! Das sind wir! Ach! Ich darf ja gar nicht tun! Ah! Schön! Wie sagt er zwei Schwänze? Ja! Die! Ich hasse Gift Juwelen! Ich hasse Gift Juwelen! Oh yeah! Aber ich muss mich kurz noch freuen! Und kurz Gier wechseln und dann können wir den anderen schlechten Freund, guter Feind und so machen, der eigentlich ein schlechter Feind aber ein echt guter Freund ist! Okay. Vielen Dank.